Ich bin noch nie bei Tageslicht oder bei Tagesanbruch das Studio verlassen, das macht mir ein bisschen Angst. Hoffentlich passiert mir da nichts und ich verwandle mich. Also wir machen jetzt Augenränderübergabe. Annetta und Kemal haben zwei Augenränder weniger, weil sie länger schlafen konnten. Ich habe zwei mehr dafür. Viel Spaß mit der SWR 3 Morning Show gleich nach sechs. Das war SWR 3 Luna. Mein Name, Ben Streubel. Schönes Leben. SWR 3. Die Nachrichten. Heute ist Montag, der zweite, fünfte, sechs Uhr. Die wichtigen Infos jetzt von Linda Bies. Zum ersten Mal seit September meldet das RKI keine neuen Corona-Todesfälle. Deutschland ist für ein EU-weites Öl-Embargo gegen Russland. Bundesweit streiken heute Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das Wetter freundlich mit ein paar Schauern bei 14 bis 20 Grad. Das ist stellenweise ein recht neblicher Start in diesen Tag. Frau Lea Spindler, guten Morgen. Guten Morgen. In manchen Teilen von Baden-Württemberg und der Vorderpfalz vor allem hält sich der Nebel gerade noch ein bisschen wacker. Sobald der weg ist, bekommen wir aber dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad im Schwarzwald und 20 Grad am Rhein. Vor allem in Baden-Württemberg und in der Pfalz haben wir heute Mittag immer mal wieder Schauer. Ab und zu können sich da auch Gewitter bilden. Heißt, er kann es dann auch mal heftiger schütten. Aber zwischendurch gibt es immer mal wieder sonnige Abschnitte. Drei nach sechs, Jochen Graf mit dem Neuesten aus dem SW3 Verkehrszentrum. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Vorsicht auf der A8 Pirmasens Richtung Neunkirchen in Höhe. Ein Öd liegt ein totes Tier. Und die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Loma und Königsforst nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Da ist jede Menge Diesel ausgelaufen. Die Umleitung geht bereits ab dem Kreuz Siegburg über die A560 und A59. Alle Verkehrsinfos jederzeit in der SW3-App. Gute Fahrt. SWR 3, die Morningshow. Und hier sind Annette Politi und Kemal Goga. Guten Morgen. Ab heute ja geänderte Öffnungszeit für die Morningshow. Wir haben uns verschoben, der Kollege Ben Streubel in SW3 Luna bis gerade eben gesendet. Wir dann ab jetzt dafür bis um zehn. Also wir verbringen die erste Pause in eurem Job gemeinsam. Neue Musik legen wir euch rein für diesen Tag. Tom Grennan, remind me. Starten jetzt mit den Jonas Brothers und Only Human. Lust auf gute Musik. Montagmorgen, hier ist die SWR 3 Morningshow. Neuer Monat. Mit dem Team International Kemal Goga. Und Annette Politi. Und mit euch freuen wir uns sehr. Und ja, wir haben es ja schon erzählt, ab sechs geht es jetzt los mit der Morningshow. Dafür bis um zehn. Wir begleiten euch einfach ein bisschen länger. Haben die komplette Sendung einfach ein bisschen verschoben. Bup. Ja. So wie wir beide auch einfach ein bisschen verschoben. SPR 3. SPR 3. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018